Dann auf zur nächsten Runde. Okay. Nicht auf den Knopf stellen. Das ist, wo er seine Boxen gebaut hat. Das ist wunderschön. Ein Schalter. Ich will irgendwie nicht. Ist bestimmt keine gute Idee, sich da drauf zu stellen. Rühren wir mal mit Celina. Denkst du manchmal an mich? So, warum sind Sie wirklich hier? Ich sagte, ich sage Ihnen, wenn wir allein sind. Wir sind nicht. Ich sage Ihnen später. Wie warst du und Riddler? Wie warst du dich? Ich mache vieles Freilanzarbeit. Ich glaube, Riddler wollte ein Schilder aus der Louvre. Nichts. Nichts. Es war ein einfaches Job. Huh. Nachdem, ich bereits verabschiede den Ort zweit. Er wurde ein wertvolles Kontakt, wenn... Geld war tight. Ich bin nur interessiert, ob Sie... Ja? ... ob Sie mich erinnert haben. John ist direkt nach der dritten Runde. Ja oder nein? Antwort auf die Frage. Nicht nur ein bisschen. Riddlers Bett könnte weniger komfortabel sehen, wenn er versucht hat. Ein paar Riddlers Schäuze. Er hatte nicht genau einen großen Faschensens. Er sagte nur etwas über den Fuß. Ich kann mich schon denken, was man jetzt machen muss. Auf beide Platten in Stiefel stellen und dann kann man auf die in der Mitte gehen. Ich nehme dich in der Nacht. Ich nehme dich zurück. Niemand hat mich verletzt, aber ich mache aus meiner Lack. Das klingt positiv. Total. Bis zum nächsten Mal. Oh, Goodie. Es sieht aus, dass du beide Fuß in der Grave hast. Du hörst das? Es ist wie, dass du auf einem ... Elevator standest. Ich glaube, was wir suchen, ist da unten. Vielleicht sollte jemand hier bleiben. Keep watch. Good point. Let's go, Bruce. Sorry, Cat Lady. Or, vielleicht ... ... du kannst du bleiben? Oh, nein. Harley hat mir eine Anruhe gemacht, und ich meine, um es zu erfüllen. Wir gehen zuerst. Make sicher, dass es sicher ist. Bruce! Du ... ... du ... ... du interessierst mich so viel? Und hier dachte ich, dass ich dich zu ... ... ihr ... ... ihr. Ich werde auf der nächsten Mal. Also ... ... also nicht sterben, bevor ich da komme. Wir werden versuchen. Wir werden versuchen. ... auf der gleichen Zeit. ... mit jemandem. Ich hoffe, dass sie mit deinem ... hoffen. ... 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